Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir Heiligabend, den 24.12.2013 und heute gibt es ein ganz besonderes Video hier bei mir auf meinem Kanal zu sehen, denn heute gibt es eine ganz, 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 ganz große Verlosung, auf die ich mich schon seit Wochen gefreut habe, aber zu dieser Verlosung komme ich gleich. Ich möchte vorweg erst nochmal ein paar andere Sachen erzählen und zwar ist es nämlich so, der Beautylicious Adventskalender, der ja dieses Jahr im Dezember stattfand, da haben sich nämlich viele YouTuber zusammengetan, inklusive mir und wir haben was ganz Tolles auf die Beine gestellt. Wir haben euch jeden Tag ein Türchen geöffnet, wo tolle Sachen drin versteckt waren. Zudem waren nicht nur tolle Themen dort zu finden, sondern es gab auch Buchstaben zu finden. Ich hatte euch ja in meinem 17. Türchen, was ich euch hier irgendwo nochmal hin verlinke, falls ihr es nicht gesehen haben solltet, dann schaut nämlich nochmal rein. Da habe ich euch nämlich einen kleinen Buchstaben versteckt. Insgesamt haben wir 23 Buchstaben versteckt, die sozusagen heute am 24.12. einen weihnachtlichen Ersatz, Ersatz, einen weihnachtlichen Satz ergeben sollten. Das heißt, habt ihr natürlich jetzt irgendein Video verpasst, ist das kein Problem. Ich verlinke euch alle 23, also mit mir natürlich zusammen, 23 Türchen nochmal bei mir unten in die Infobox. Deswegen wäre es ratsam, wenn ihr jetzt das, was ich euch gleich zeige, meine riesengroße Verlosung, bei der ihr mitmachen möchtet und das, was ich verlose, gewinnen möchtet, dann wäre es natürlich sehr ratsam, sich nochmal jedes Video genau anzuschauen und dort den Buchstaben zu entnehmen und dann den Satz zu bilden. Ich denke mal, das ist eigentlich relativ verständlich. Deswegen ist das nun mal schon vorweg eine wichtige Information, die ihr euch merken müsst. Ansonsten könnt ihr bei dieser Verlosung, die ich heute hier euch zeige, nicht teilnehmen und das wäre sehr, 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 sehr schade. Deswegen hoffe ich, dass ihr euch nochmal die Zeit nehmt und in jedes Video reinschaut. Und ansonsten seht ihr ja, dass ich heute nicht sehr weihnachtlich gekleidet bin. Das liegt aber daran, dass ich mich noch nicht fertig gemacht habe. Das werde ich aber gleich noch tun. Wer sehen möchte, was ich oder wie ich mich kleide, dem verlinke ich das Video auch nochmal hier hin. Ich habe es nämlich euch schon abgedreht, wie ich mich an Heiligabend mitmachen mit meinen Haaren, mit meinem Outfit und meinem Make-up style. Und ja, da drin kam auch etwas vor. Und zwar habe ich nämlich in diesem Video auch eine Verlosung gestartet, die natürlich schon seit dem 15.12. zu Ende ist. Und dort konntet ihr eine Kosmetik-Kosmo-Wunderbox gewinnen. Und zwar die Dezemberbox, die Schattenspiele, um es genau zu nehmen. Schattenspiele ist die Dezemberbox, die ihr hier bei mir gewinnen konntet. Und den glücklichen Gewinner, den setze ich einfach mal hier unten hin. Ich gratuliere dir und ich hoffe, dass du dich bei mir melden wirst. Ich werde dich auf jeden Fall auch nochmal kontaktieren. Es tut mir leid, dass es ein bisschen zu spät gekommen ist, jetzt die Meldung. Aber ich hatte noch viel, viel Weihnachtsstress an der Arbeit. Und deswegen habe ich es noch nicht eher geschafft. Dennoch wirst du hoffentlich dich darüber freuen und dann auch ganz bald dein Paket bekommen. Zudem weiß ich gar nicht, habe ich es erwähnt? Schatz, hast du mir zugehört? Nein, ich glaube, mein Freund hat mir nicht zugehört. Ihr könnt nicht nur heute bei mir etwas gewinnen, denn ihr könnt nämlich auch noch auf den anderen Kanälen der YouTuber, die bei dem Beautylicious Adventskalender mitgemacht haben, auch gewinnen. Das heißt, falls euch dort irgendein 24. Türchen gefällt, die Verlosung gefällt, dürft ihr natürlich auch dort mitmachen. Ihr könnt bei jeder Verlosung, die jetzt von unserem Beautylicious Adventskalender am 24.12. stattfindet, mitmachen. Ist das nicht genial? Ich finde, das ist eine coole Aktion und ich denke mal, es gibt es nirgendswo hier auf YouTube, dass ihr so viele Sachen gewinnen könnt. Nein, Spaß beiseite. Also ich hoffe, dass ihr euch über diese Art Verlosung von unserem gesamten Team freut und dass ihr auch fleißig den Satz sammelt bzw. den Satz nehmt und überall unter jedes Video mitmacht, falls euch die Verlosung dann gefallen sollte. Ich möchte aber was dazu sagen. Ich bin ja nicht ganz auf den Kopf gefallen oder wir sind nicht ganz auf den Kopf gefallen. Wir werden diese Kommentare heimlich genehmigen. Das heißt, ihr werdet jetzt unter diesem Video nicht den Satz von irgendjemandem finden und dann sagen, hohoho, das schreibe ich einfach mal ab. Nee, 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 nee. So machen wir das nämlich nicht. Denn wir zeigen euch nämlich erst gar nicht den Satz, denn den verstecke ich nämlich hinter dem Video. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr mitmacht und ihr fleißig kommentiert. So, und jetzt zeige ich euch, was ihr genau gewinnen könnt. Und zwar habe ich hier eine extrem große Box, die ich zusammengesammelt habe. Also nicht die Box habe ich zusammengesammelt, aber die Sachen, die hier drin sind, habe ich über einen Monat lang gesammelt für euch, damit eine große Kitika-Tinka-Box entsteht, wo sämtliche Sachen drin sind, die schon in meinen Monatsfavoriten drin vorkamen und generell zu meinen Lieblingen und Favoriten einfach dazugehören, die nie in meinem Leben fehlen dürfen. Und ich zeige euch jetzt, was das genau alles ist. Ich habe hier zum einen ein Rival de Loup Hydro Augenroller, ein feuchtigkeitsspendender Augenroller von Rival de Loup, den ihr gewinnen könnt. Ihr könnt von Balea die Augen-Make-up-Entferner Pets Waterproof Edition sogar bei mir gewinnen. Die finde ich nämlich so geil, dass ich die natürlich euch auch mit in das Paket packen wollte. Dann könnt ihr noch einen 10% Online-Mobile-Gutschein von Douglas gewinnen, wo ihr die Möglichkeit habt, mein Freund ging gerade aus der Tür, wo ihr die Möglichkeit habt, noch bis zum 31.01.2014 euch etwas zu bestellen. Da könnt ihr dann gerne diesen tollen Douglas-Gutschein verwenden. Dann bekommt ihr zudem noch ein Half-Moon-Glitter-Maniküre-Set, wo noch der Preis hier steht, was ich euch im Crime-Markt gekauft habe. Ich finde die Farbkombination total genial und deswegen musste ich die unbedingt mit einpacken. Dann bekommt ihr auch noch was ganz, ganz Tolles. Das wollte ich am liebsten schon für mich selber verwenden. Das ist ein Prinzessinnen-Sternenzauber-Winterschaumbad mit natürlichen Wolkenblumenextrakten. Und das ganz Schnucklige daran ist, wenn ihr nämlich diese Flasche schüttelt, ist das nämlich wie eine Schneekugel. Und ich fand die sehr süß und deswegen musste ich die euch auch auf jeden Fall noch mit einpacken. Dann, was ich total klasse finde und den liebe ich halt natürlich auch extrem, ist das Make-Up-Ei von DM, was ich euch auch gekauft habe. Das bekommt ihr auch mit im Paket. Dann bekommt ihr noch die Haut- und Kindercreme von Kaufmanns. Die Kaufmannshaut- und Kindercreme, die super, super, super toll ist. Perfekt für die Winterzeit. Sie ist einfach eine Creme, die bei mir immer in der Handtasche mit dabei ist. Dann habe ich euch auch noch mit einem Preis dran aus dem Primarkt so ein Schleifenset mitgebracht. Die finde ich auch sehr schön. Allerdings habe ich mir die auch gekauft. Ist natürlich klar. Ich liebe Schleifen. Und ihr sollt dran teilhaben, an meiner Liebe zu schleifen. Und deswegen bekommt ihr auch kleine Schleifen. Dann habe ich euch aus dem Primarkt auch noch dieses O-Ring-Set mitgekauft, was ich auch schon vor über einem Jahr mir geholt habe. Und ich finde dieses Set sehr, sehr schön. Und deswegen wollte ich euch das natürlich auch schenken. Dann könnt ihr noch eine Probe meines Lieblings-Shampoos bekommen. Ein Balea Repair Pflege Shampoo. Das bekommt ihr in der Probegröße noch mit hinzu. Dann habe ich euch ja mal ein Video gezeigt, wo ich den Baby-Lip und den Eos-Lip-Bomb reviewed habe. Und dann habe ich mir gedacht, schenke ich euch meinen Lieblings-Baby-Lip. Das ist der blaue. Den bekommt ihr auch noch mit im Paket dazu. Dann habe ich euch noch eine tolle Maske mit reingepackt. Eine Erdbeermaske mit Peeling, die ich auch selber sehr oft verwende. Und dann habt ihr noch etwas von mir. Und zwar ist das mein über alles geliebter Lieblings-Lippenstift von Essence. Der On The Catwalk. Den ich euch natürlich auch nicht vorenthalten darf. Das ist dieser wunderschöne rote Lippenstift. Den bekommt ihr auch. Ich finde, das ist doch echt ein großes Paket, was ich euch zusammengestellt habe. Und das ist immer noch nicht zu Ende. Denn ihr bekommt auch noch meine heißgeliebte I Love Extreme Crazy Volume Mascara von Essence mit dazu. Außerdem bekommt ihr mein Duff Winterpflege Limited Edition Duschgel. Was ich euch auch schon in einem Video vorgestellt habe. Was ich super, super, super doll liebe und ich übelst dolle geil finde. So und last but not least gibt es noch zwei Dinge aus dem Primark. Ich habe euch einmal ein 40er Haarspang-Set gekauft, was ich euch auch noch mit reinpacke. Ich liebe Bobbypins, deswegen dürfen die nicht fehlen und ich habe gedacht, bekommt ihr auch welche. Und hier habe ich noch eine Wimpernzange. Und zwar ist das meine Lieblingswimpernzange. Ich liebe sie. Ich habe keine bessere Wimpernzange bisher gefunden. Und deswegen habe ich mir gedacht, bekommt ihr auch diese tolle Primark Wimpernzange. Ist das nicht was? Der Kasten ist leer. Ich hoffe, dass euch die Sachen gefallen und dass ihr euch darüber freut, dass ich mir wirklich sehr viel Mühe gegeben habe, kleine Details mir rauszusuchen, die Dinge, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag und selber auch hier habe. Und ja, ansonsten denke ich mal, war es eigentlich auch schon alles. Ich setze die Teilnahmebedingungen eigentlich auch nochmal unten in die Infobox. Da könnt ihr nochmal in Ruhe lesen. Ich werde sie jetzt aber nochmal auf die Schnelle kurz erwähnen. Und zwar geht es natürlich an euch da draußen, die Teil meines Kittyka-Tinka-Kanals seid. Es wäre natürlich toll, wenn ihr dem Daumen ein Video hochgebt. Genau, dem Video ein Daumen hochgebt. Und ich lasse die Verlosung bis zum 3.1.2014 laufen und lose es dann mit Random Org aus. Und ansonsten, ja, nicht vergessen, bei den anderen Videos nochmal vorbeizuschauen, falls ihr es vergessen habt. Die werden sich natürlich auch über ein Abo von euch freuen, über ein Feedback von euch freuen. Ja, ihr findet Facebook und Twitter bei mir unten auch in der Infobox, falls ihr Lust habt, mir dort zu folgen. Und falls ihr kein Abonnent seid, dann würde ich euch raten, auch noch den Abo-Knopf zu drücken. Dann seid ihr Teil meiner Kittyka-Tinka-Family. Und ja, ich hoffe, dass ihr jetzt noch einen wunderschönen Tag habt, dass ihr noch wunderschöne Weihnachtstage mit eurer Familie, Verwandten und Freunden verbringt. Mein Freund guckt gerade so doof. Ich wünsche euch nur das Gute, nur das Beste, viel Gesundheit, viel Glück, viel Freude, dass es euch gut geht, dass euch das Essen schmeckt, dass ihr die Zeit mit eurer Familie genießt. Denn ich werde das auf jeden Fall auch machen und ich werde mich definitiv noch vor Silvester bei euch melden, denn ein Video wird es noch geben. Und ich hoffe, dass ihr euch darauf freut. Jetzt genießt erstmal die schöne Weihnachtszeit. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und lasst mir doch einen Kommentar da, denn da würde ich mich nämlich jetzt am meisten drüber freuen, wenn ihr Lust habt, dieses große Paket hier auf meinem Kanal zu gewinnen. Ja, ich bin gespannt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und das habe ich jetzt schon ganz oft erwähnt. Sehr, sehr oft. Ne, Schatz? Viel zu oft. Deswegen höre ich jetzt auf. Dicken Kuss, macht's gut. Bye, bye. Hey, Schatz. Wollt ihr noch tollen Schmuck gewinnen, dann schaut doch noch bei diesem Video vorbei. Ihr habt hier noch die Möglichkeit, bis zum 26.12. daran teilzunehmen. Sendet es noch allen euren Freunden und all euren Verwandten, denn es ist wirklich was ganz Tolles dabei. Zudem habe ich da eine wunderschöne Spendenaktion für euch parat. Ich möchte nämlich gerne, wenn ihr Lust habt, an die Philippinen-Opfer spenden. Aber alles Weitere erfahrt ihr im Video. Deswegen würde ich euch raten, einfach mal im Video vorbeizuschauen. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis bald, eure Kitty Katinka. Bis bald, eure Grünen-Opfer. Bis bald, eure Grünen-Opfer. Bis bald, eure Grünen-Opfer. Bis bald, eure Grünen-Opfer. Vielen Dank.